Panther Keine Tierart ist bekannter unter Lesern als der Panther. Seit der Rilke ihn besang, hat der Panther Sinnbildrang. Durch den Rilke ist der Panther auch dem Menschen ein Verwandter, weil er an die Freiheit glaubt, die man schmählich ihm geraubt. Zieht im Käfig seine Kreise, nun auf dichterische Weise, sieht von Stäben ganz umstellt, hinter Stäben keine Welt. Und so zeigt er literarisch auch dem Menschen exemplarisch, wie er allzu gern vergisst, dass er hinter Gittern ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017